So und da sind wir auch schon wieder. Wir sollen den Alarm auslösen lassen, bis man... Du hast nicht gestert und du hast nicht gestert. 35 Uhr gescheitert. Von Nios. Abonnieren Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So 34, 35 Oh Puck, oh Puck, oh Puck, oh Puck, oh Puck Ich sollte weniger treten, mein Verstand spielt mir Streichel Aus dem Weg und nütze Urux, ich töte Mensch jetzt Oh Puck, oh Puck! Oh Puck, oh Puck Oh Puck, oh Puck Oh, 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 oh! Jetzt verliere ich. Du verlierst nächstes Mal. Genau. Mein Herr wird dir keine Gnade gewähren. Genauso wenig wie ich. Gut. Du wirst jetzt die Wanderung machen. Ja, ich weiß, dass wir das nicht ganz falsch machen. Aber ich weiß nicht, wie soll ich ihn brandmarken. Bei einem war das so einfach, ich habe ihn genommen und gebrannt. Ich mag aber hier. Das ist wirklich schwer. Er wartet auf meinen Befehl, dass er sich kann mit ihm einen anderen Häuptling attackieren. Ich muss mal das nochmal anschauen. Das ist sauren Samy. Das ist unter... Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. So. Okay, baby. Wo müssen wir hin? Was ist das? Jetzt wird's fort. Dachtest du, hast mich, was? Schon wieder. Ist auf Zeitverschwendung. Aufstehen! Menschendreck! Das halte ich von deinem Hexenfeuer. Es konnte mich nicht töten. Du kannst es auch nicht. Okay. Jetzt leidest du! Ich bin wieder. Euer Mannhaus! Dann fass mich jemand. Ich hab ihn nicht mehr. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Dann fass mich jetzt. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Okay, das wird jetzt natürlich der nächste Kampf, sag ich jetzt mal. Jetzt ist es auch interessant, wir könnten wirklich, jetzt verstehe ich es, am Haupt liegen können wir nicht gleich brand, also könnten wir wahrscheinlich schon brandmarken, aber ich glaube es ist einfach so wie wir es jetzt gemacht haben. Das war jetzt der zweite Häuptling, den wir dann hätten? Wir marschieren jeden Tag, wir marschieren bis hier in Rikki-Mann. Jeder, der aus der Reihe tanzt, verantwortet sich vor mir. Schluss mit reden, stell dich mir. Das war das. Du bist mein Herr, dann musst du erst an mir vorbei, und das werde ich zu verhindern wissen. Du hast mich dich suchen lassen. Wir beenden das jetzt. Jetzt wird spannend, aber ich glaube, das wird nichts. Jetzt wird es spannend, aber ich glaube, das wird nichts. Du siehst, ich bestrafe gerade diesen Verräter. Warum störst du mich dabei? Nein, das heißt, dass du nicht machen kannst. Das ist der Klack meiner Hures, Herr Koller, dich zurück. Das ist der Klack meiner Hures, Herr Koller, dich zurück. Was gibt es denn, was ich jetzt suchen? Ich kann nicht nur kämpfen. Wenn du dich bekommst, kriegst du mich nicht. Sehr schön. Und wir haben den nächsten Häuptling anhand jetzt. Die Hures. Diese Hures. Du siehst. Die Hures. Oh, ich sie habe gesagt. Ihr Sperger. keine vorstellung von meinem kennen weidläufer beschädigen ja ja das war wohl sehr schön also Okay. Probieren wir es einfach nochmal. Auf die natürliche Art und Weise. Okay. Zeige, dass uns keine Waffe treffen kann. Oh, das ist die Frage. Wir wollen die Frage. Ja, nur auf den Rücken zu sprengen. Nach einem... Warte, ich rieche etwas. Das ist dein Ende! Da ist er! Hast du das gehört? Ich sehe ihn! Kämpfe für mich! Ich sehe mich! Dennoch, bleibt wachsam! Der stinkende Feigling ist weg! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Danke! Mennsch! Er des Schraube Schraube! Er liegt nicht auf! Die Dreh! Was ist das? Wir haben vorbeizubekommen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir haben vorbeizubekommen. Was ist das? Woosh! Kimmuk! 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 Das war's für heute. Da ist er! Mensch, Dreck! Dumme Uro, keine Gefahr! Bekämpf mich! Töte dich! Vielleicht dreht jemand umher! Versager! Holt die anderen vor! Du weißt doch, was ich schon mal aufgehalten habe! Mein Herr wird dir keine Gnade gewähren! Genauso wenig wie ich! Okay. Oh mein Gott! Okay, jetzt wird's, du bist du! dabei wollte ich doch auch schon mal getötet einmal mehr kann nicht schaden ist so 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 Das ist nicht gut, das ist nicht gut. 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 Was ist nicht gut, das ist nicht gut. er bestraft alle Menschen okay und das hätte ich nämlich zuerst machen müssen das da genau jetzt habe ich ihn nämlich und Scott der barbarische wir zu einem Machtkampf kommen genau hier und die man mit uns Brunnen ab aber wir verstanden jetzt wie es funktioniert auch heute ich habe immer Atemtaten gemacht okay machen wir noch so schnell und dann war es das mit der Folge bis dann und dann, ciao